Willkommen zurück zu Stellaris und der Raumstation unseres neuesten Sternensystems, beziehungsweise nicht der Raumstation, sondern einer Militärstation, die bereits in diesem System ist, die Militärstation der Xurakorp. Die sind ein unabhängiges Reich-Imperium, die sich mit ein paar Raumstationen hier verbreiten. Beziehungsweise ich möchte gerne mal gucken, ob wir sie hier finden, wenn wir das Ganze mal nach Namen sortieren. Ja, da unten ist sie, das ist die Xurakorp und die haben aktuell plus 1 Meinung, Modan. Und wir können von denen strategische Ressourcen kaufen, in dem Fall Gase. Das sollte man aber tatsächlich nur im Notfall machen, denn diese Gase sind tatsächlich relativ teuer, dadurch, dass ihr hier nicht nur die Energie-Credits bezahlen müsst, sondern für eben dieses, den Abschluss dieses Vertrages, bezahlt ihr nochmal Geld. Das heißt, unterm Strich sind die teurer, als wenn ihr euch diese Dinger im galaktischen Markt besorgt. So, dann wollen wir mal gucken. Er baut hier gerade eine Forschungsstation und danach würde ich sagen, gehen wir direkt hier hin und bauen hier drei weitere Außenposten, um diese Systeme zu schützen. Hier würde ich tatsächlich jetzt erstmal auf Basen verzichten. Ich möchte tatsächlich hier eine weitere Basis bauen. Und ich persönlich habe gesehen, dass wir hier einen kleinen Fehler gemacht haben. Deswegen würde ich tatsächlich die Raketenbatterie hier abbrechen und hier eine Schiffswerft hinsetzen, damit wir für Notfälle hier hinten ebenfalls Raumschiffe produzieren können. So, und dann gucken wir uns mal, das ist die Station, die hier hinten. Ja, da halte ich tatsächlich... Da halte ich... Das ist okay, so wie wir... Also da brauchen wir tatsächlich auch keine Schiffswerft. Das hatten wir. So, Tranius können wir hier nicht ausbauen. Das ist bereits eine Sternenfeste. Wir sollten aber definitiv die Verteidigungsplattform ausbauen. Und das kostet uns 15, 15, 20, 25, 30. Das haben wir gerade noch übrig. So, dann die Soul-Station. Und die Fujiao-Station hier unten, die sollten wir tatsächlich auch updaten. Aber als erstes kommt unsere neue Asanis-Station dran. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Der Erlass-Gesundheitskampagne wurde für ungültig erklärt, weil die erforderlichen Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Das ist durchaus gut. Was sind das denn jetzt hier? Erforschung der Sterne. Ah, okay. Wir haben noch einen Namen sortiert, richtig. Aber ich wusste gar nicht, dass man hier... Erlass-Kapazität... Das heißt, wir haben eine Erlass-Kapazität für eben diese Erlasse. Die hier können wir anscheinend in unbegrenzter Menge machen. Aber die hier oben können wir maximal einmal machen, beziehungsweise ein Erlass. Und die Bildungskampagne... Halte ich tatsächlich noch für nicht so wichtig, um da Geld für auszugeben. Gut, dann Flotte verbessert. Das hatten wir letztes Mal im Auftrag gegeben. Und ein Beschluss wurde verabschiedet. Das ist der galaktische Marktgründen. Das hatten wir bereits. Und dann gehen wir nochmal in den Flottenmanager. Und gucken uns die Second Fleet an. Und auch die First Fleet. Und hier werde ich nochmal... Zwei Schiffe davon hinzufügen. Und das kostet... Ah, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen warten. Das kostet 300. Und dann würde ich auch gerne noch zwei davon hinzufügen. Dann sind wir bei 28. Und ein Zerstörer. Dann hat diese Flotte die volle Kampfstärke. Okay, ja. Das wird jetzt öfters kommen. Da sind unsere ganzen Flotten, die jetzt nämlich... ausgerüstet werden. Und wir sind auf langsam. Das wollte ich tatsächlich nicht. Wir können mal auf sehr schnell gehen. So, ein Wirtschaftspakt wurde geschlossen. Ja. Und du fliegst dann dorthin. Das passt. Die Orassian of... Ah... Of Orassian States hat mit der Dune-Hegenomie ein Defensivabkommen geschlossen. Das ist nicht gut. Zudem, dass die Demokratie-UV-Xand-Konföderation sich hier oben ziemlich stark ausbreitet, haben wir ein Defensivabkommen zwischen dem Reich hier und dem hier. Das ist tatsächlich nicht sehr gut, finde ich. By the way, ich arbeite hier auf Version 2.7.1. Das Update kam heute raus. Und wie ihr seht, ist das Thema Erlasse eins der Neuigkeiten, die hier geändert worden sind. Unter anderem könnt ihr bestimmte Erlasse jetzt nur noch einmal machen, beziehungsweise nicht einmal machen, sondern ihr habt eine maximale Kapazität. Bei eben diesen Erlassen. Und hier seht ihr sogar noch einen kleinen Indikator bei der Auswirkung auf die Reichsausbreitung. Okay, dann weiter. Das hatten wir gerade. Okay, 350. Dann können wir in den Flottenmanager gehen. Okay, brauchen wir 600. Hateful Trade Commission. Wo ist die? Hateful Trade Commission. Mit der Chim Corporate Alliance. Das ist ein Megacorp. Ah, okay. Das heißt, wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir hier oben in diese Richtung vielleicht mal weitermachen und hier mal etwas, etwas Diplomatie spielen lassen. Denn die haben keine besonders schlechte Meinung, aber auch keine besonders hohe. Ich hoffe tatsächlich, dass wir dort ein wenig unsere Beziehung verbessern könnten. Wie sieht es hier oben aus? Hier sieht es tatsächlich ähnlich aus. Und die mögen uns sogar. Hanmore Konföderation. Das sollte man tatsächlich mal überlegen. Das wäre in der Tat ein guter Punkt, wenn wir mit den beiden hier noch weiterkommen. Das wäre, denke ich mal, durchaus eine Überlegung wert. Dann nochmal einmal zu den Sukakan. Das sinkt, weil wir die Beziehung nicht mehr verbessern. Das ist klar. Die Föderationen einladen geht immer noch nicht. Das liegt an unserer Kriegsphilosophie. Okay. Dann mal weiter. Ja. Sehr gut. Plastik-Stahlpanzerung. Da haben wir wieder eine Menge zum Upgraden. Jetzt ist die Frage Nachbrenner. Planetare Baugeschwindigkeit plus 25. Oder sind Ich würde tatsächlich in die Richtung gehen. Synthetische Kristallanlage. Denn das können wir, denke ich, in Zukunft ganz gut gebrauchen. Denn diese Kristalle sind in Zukunft sind sie RR. Und wir sollten uns in dem Zuge jetzt mal angucken, ob wir noch weitere Planeten mit den Menschen besiedeln können. Und das machen wir im Expansionsplaner. in allen Ist-Kolonieserbernern und erkundeten Planeten. Und wir möchten gerne für die Menschen das Ganze haben. Ja, wir haben... Das ist alles nicht so schön. Wo sind die Planeten denn? Wir haben Suben Edosca 3A Das ist... Wo ist Edosca 3A? Edowang? Habe ich ihn jetzt verpasst? Habe ich ihn jetzt verpasst? Jetzt gucken wir mal untersuchen. Wo ist er hin? Habe ich es falsch geschrieben? Ach, mit R. Ärgerlich. Da ist er. Da ist er. Das ist mir tatsächlich ein bisschen weit draußen. Aber auch eine Option. Dann... Kazoo 3A auch ein Mond. Dann können wir auch eher Suben nehmen. Das würde ich tatsächlich bevorzugen mit 23. Und dann gucken wir mal... Na, die haben alle nur 60. Wir werden das... Ja. Die sind robust. Aber auch nur 60%. Wir machen das. Wir kolonisieren Suben Prime. Mit denen. So machen wir das. Wir müssen hier definitiv was die Planeten angeht weiterkommen. Denn wirklich gute kolonisierbare Planeten sind aktuell leider nicht in Reichweite. So. Du wirst bitte hier ein Außenposten bauen. Denn hier gibt es unheimlich viele Mineralien, die wir uns holen können. Und eine archäologische Stätte. Oh. Es wurden jüngere Fossile der Baol gefunden, die jedoch nicht länger die Neurologie des Schwarms haben. Stattdessen fehlen die Organe, die für die Entfabse Kommunikation im Subraum erforderlich ist. Die Kohlenstoffdatierung dieser Exemplar hat bestätigt, dass die Baol einige hundert Jahre nach der Invasion der Grunur damit begonnen haben, ihre Fähigkeit zu verlieren, die sie als Schwarmbewusstsein verbindet. Leider konnten keine weiteren relevanten Daten von dieser Fundstätte extrahiert werden. Ja, das ist sehr, sehr schade. Und damit ist das Ganze leider abgeschlossen. Jetzt werden wir noch mal gucken, ob wir hier noch irgendetwas haben für die Baol Baol Kolonien entdeckt. Wir gucken uns die mal an. Ne. Ist tatsächlich alles ausgegraben. Ja, damit haben wir tatsächlich nichts oder beziehungsweise wenig erfahren. Das ist sehr schade. Dann können wir mal gucken, ob wir andere Sachen, pulsierende Sterne zum Beispiel, ob wir das weiterverfolgen. Wir gehen mal ins Situationsprotokoll auf der Karte verfolgen. Das heißt, wir haben hier nur noch einen pulsierenden Stern und das Schiff ist zufälligerweise sogar in der Nähe. dann würde ich tatsächlich sagen, machst du das mal. So, und dann möchte ich noch einmal bei den Relikten gucken. Und wir haben jetzt 91 Artefakte, aber nichts, was wirklich hier von von Relevanz ist. Geheimnisse bei der Baol. Das würde uns kosten 50 Artefakte und Ausstellung des Spezialprojekts taucht tiefer in die Geheimnisse der Baol ein. Das machen wir mal. Neues Spezialprojekt. Unsere Wissenschaftler haben hier bei Arbeit einmal ein Spezialprojekt aufgenommen, um die tieferen Geheimnisse der Vorläufer zu ergründen. Ja, sehr gut. Und dann gehen wir mal ins Situationsprotokoll. Und 3000, ich würde sagen, das machen wir direkt. Denn das interessiert mich tatsächlich mal, was die Vorläufe der Baol sind. Unsere Wissenschaftler empfangen ein Notsignal mit Daten Protokollen der Grunur. Oh, es scheint aus einem unbekannten System zu stammen, das in der Nähe von Nihar liegt. Welche alten Nachrichten können wohl enthalten sein? Unsere Wissenschaftler möchten dem Ursprung des Signals auf den Grund gehen. Ja, natürlich. Selbstverständlich machen wir das. Und wir gucken uns mal uns auf der Oh Gott. Okay. Wie komme ich denn dahin? Der Grunur, was könnte die längst verlorene Spezies übrig geblieben sein? Hm. Lassen wir uns mal überraschen, wie wir da hinkommen, oder? Mal ganz ehrlich. Das ist ja spannend. Schade, jetzt ist die Nachricht weg. Ähm, hm, 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 hm. Ne, also ich bin, das war das Nihal-System, glaube ich. In der Nähe des Nihal-Systems. Das ist das hier. Gibt's hier irgendwo ein Wurmloch? Hier vielleicht? Irgendwas? Nee. Hier gibt's, hier gibt's weder ein Wurmloch noch Götters, aber hier in der Nähe des Nihal-Systems soll es, soll es sein. Da unten ist noch ein Stern-System. Seht ihr das? Das konnte man gar nicht sehen. Da unten ist noch was. Okay. Dann, Kommando abbrechen. Du springst bitte mal in dieses Stern-System ist unerkundet. Okay, dann springst du bitte nach Nihal. Zack. Und dann gucken wir uns das da unten an. Da hat sich jetzt ein Stern-System aufgetan. Da unten. Versteckt unter Fuchiao. Aber auch ohne weitere Verbindung irgendwo hin. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was das wirklich mit diesen Grunur auf sich hat. So, dann gucken wir uns nochmal unsere Konstruktionsschiffe an. Du hier oben. Okay, da haben wir nicht genug Einfluss. Den investieren wir erst da hinten. Du kannst dann dort stehen bleiben. Wo bist du? Da unten. Alles klar. Selbiges Thema. Perfekt. dann weiter. Ähm, ein Moment. Ein Ereignis an einer archäologischen Stätte. Bei näherer Betrachtung scheinen die zertrömmertende Ruine auf der Oberfläche von XC 2079 aus zwei verschiedenen Kulturen zu stammen. Technologisch gesehen müssten wir die Droiden aber als sie noch funktionsfähig waren gleich stark gewesen sein. Aber es gibt viele subtile Unterschiede, die die unterschiedliche Design herkünfte hindeuten. Okay, dann gucken wir nochmal, wo das ist. Das ist der ja, was ist das, ein Eisasteroid, der hier ist. Das könnte tatsächlich auch mal irgendwie ein alter Planet oder so gewesen sein. So sieht das hier aus im Haribas-System. Gut, dann kannst du hier Bergbaustation bauen und danach dich dorthin bewegen. Im Voldop-System sind wir auf unbekannte Alien-Schiffe gestoßen. Bis wir mehr erfahren können, werden diese merkwigen Flugobjekte als Minotaurus gekennzeichnet. Okay. Moment. Bergbaustation der Allianz der Orassian States Alien-Schiffe Weltraumwahl Die sehen ja scharf aus. Mama, Papa und ein Sohnemann. Das erinnert mich tatsächlich ein wenig an The Next Generation. Sehr interessant. Die sind hier oben. Okay. Scheinen aber momentan keine große Gefahr für uns zu sein. Okay. Alles klar. Perfekt. Und hier gibt es noch ein Ereignis bei der Galaktischen Gemeinschaft. Die Tianki Erhaltungsgesetz. Jedes Reich, das ein Tianki tötet, begeht ein Bruch des Galaktischen Gesetzes. Ja, was ist denn? Was bitte ist ein Tianki? Also ich bin ja so grundsätzlich ein Freund davon niemanden zu töten. Also deswegen würde ich das grundsätzlich tatsächlich mal unterstützen. Das sieht mir tatsächlich nach irgendwie so einem wahlähnlichen Vieh aus. Aber ich weiß es tatsächlich nicht genau. Aber hier gibt es noch ein Ereignis. Hier unten. Sklavenhandel mit organischen Wesen verbieten. Fühlende organische Wesen können nicht länger auf Sklavenmärkten verkauft werden. Ja. Unterstützen. Definitiv. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. aber wir können während das hier läuft eines unserer Konstruktionsschiffe anfangen lassen hier hinten Bergbaustation zu bauen denn das haben wir tatsächlich jetzt sträflich vernachlässigt und eins wird sich weiter hier aufhalten. Und der Tesla können wir gleich den nächsten Befehl geben nämlich dieses System ebenfalls zu erkunden. Und danach kann es kann die Tesla hier unten weitermachen. Es scheint dass eine dritte Partei in der Lage war sich die Übersetzungssoftware unseres Gesandten Giorgio Antonelli sich in die Übersetzungssoftware unseres Gesandten Giorgio Antonelli zu hacken. Der gerade in der Allianz von Orassian States war sodass er statt freundlicher Plattitüden bösartige Beleidigungen auszusprechen begann die niemand verschunden nicht zuletzt ihren Kanzler der als abscheuliches Biest beleidigt wurde. Das ist natürlich unschön. Obwohl die Fehlfunktion rasch aufgedeckt wurde waren die Orassian über den Vorfall nicht sonderlich erfreut und haben eine offizielle Beschwerde über das Verhalten unseres nicht gut gar nicht gut Beziehung verbessern plus 100 haben wir schon gemacht verbündet mit einem Rivalen ich würde tatsächlich sagen wir ziehen den ab und versuchen unser Glück mal hier hinten das finde ich momentan tatsächlich wichtiger Beziehung verbessern dass wir hier ein bisschen hoch kommen denn die scheinen ja grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein von uns es ist überall im grünen Bereich okay dann würde ich sagen lassen wir noch ein paar Jahre weiterlaufen du kannst hier direkt eine Außen einen Außenposten bauen eine Stern Basis so und dann kommen wir noch zu Verwaltungssachen wir können hier und auf der Erde neue Gebäude bauen jetzt gucken wir mal wir haben hier eine Arbeitslosigkeit was könnten wir am meisten gebrauchen also hier tatsächlich können wir nichts mehr bauen können wir noch Blocker entfernen nein aber wir haben probleme dienstleistung deswegen würde ich hier in richtung holotheater gehen dass wir das hoch bekommen und hier ja würde ich tatsächlich in richtung legierungsgießerei gehen und dann bauen wir das ist auch hier der wird dann aufsteigen zum Spezialisten das ist kein Problem hier können wir aber trotzdem noch zusätzlich ein Nahrungsdistrikt bauen um das ein wenig aufzuwerten und dann werden wir hier die Kolonie auf Legierungs Gießereien umbauen und unterhalt von Metallogen minus 20% das ist sehr gut perfekt und alles weitere das machen wir in der nächsten Folge vielen Dank fürs zugucken bis zum nächsten mal ciao ciao